Sie stehen nun seit dem dringendsten Haftfall auf Dina Weber am Maul zu haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Was soll der Scheiß denn jetzt? Ungarnatzt, Sie erpresst. Mit Ihrer Ruhm sagt sie eine Affäre. Was ist das? Ich bin krank. Krank? Ja. Ich glaube HIV. Ich brauche die Medikamente. Wie lange bist denn Sie da schon? Ich habe die Diagnose erst seit drei Monaten. Meine Frau weiß nicht. Aber Dina Weber? Sie hat die Medikamente irgendwie gesehen, als ich sie mal geschminkt habe. Aber was wollen Sie von mir? Ich habe nichts getan. Herr Weber, ich nehme unter den Fingern, der gegen der toten Hautpartikel ist sehr etwas gefunden. Und wissen Sie was? Ich glaube, dass es Ere DNA ist. Ich habe das Fiss von meiner Existenz. Mein Mann ist sauber. Es wird sich doch keinem in die Haare machen lassen. Ich habe mir nach 5.000 Euro gegeben. Was, Sie wollten denn noch mehr? Das ist mir eben dann auch ewig so weitergegangen. Und dann haben Sie sich umgebracht. Abschuld. Auf dem Problem müssen Sie uns noch einige Fragen machen. Ach, aber wo war ich? Was ist denn jetzt mit der Leer und der Christchum? Okay, wenn Sie genau wissen, jetzt...